Ihr machte das Physik-Video so sehr, dass ich die Motte zum absoluten Limit bringen werde. Wie ihr vielleicht wisst, kann man Kakteen abbauen, dann kriegt man dieses geile Wasser dabei raus. Und das ist ja schon mal extrem satisfying. Aber mit einem Enchantmentable kommt unendlich viel Wasser raus. Schaut euch das mal an, wie geil das aussieht. Da können wir einfach ein Beck mit ultra-realistischem Wasser machen. Und da können wir jetzt einfach auch so rumlaufen drin. Und wie es auch über die Ecken geht, das sieht so geil aus. Langsam lag es ein bisschen, aber trotzdem sieht das unglaublich geil aus. Und als ich vorhin den Kaktus abgebaut habe, kamen da ja so nice Partikel auch dabei raus. Und ihr wisst genau, was jetzt passiert. Die Partikel kommen bei jedem Block tatsächlich. Und die bleiben auch permanent, schaut euch das mal an. Und meine Aufgabe ist es, sich jetzt damit wieder zu übertreiben. So, lassen wir jetzt mal ein paar Sachen kaputt gehen. Und wir haben all diese Partikel, schaut euch das mal an, wie geil. Machen wir einen Deal. Ihr liked das Video, ich laufe da durch. 3, 2, 1 und schaut euch das an. Guck mal, wie geil das aussieht. Das ist wie als ob das gerade animiert wäre. Leute, das ist einfach Minecraft. Habt ihr eine Idee, was ich sonst noch testen kann?